Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist dreithürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Allrad Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.